Jeder Vorname trägt eine verborgene Botschaft. Vor einigen Tagen erblickte das erste Kind von Reality Star Alessia Herren, 21, und Ehemann kennen die Welt. Ihr Vater Willi Herren, römisches Kreuz 45, wäre sicherlich stolz auf seine Tochter gewesen. Die 21-Jährige hatte in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft eine Social-Media-Pause eingelegt. Nun ist die frisch gebackene Mama aber im Doppelpack mit Tochter Anissa Amalia zurück und verrät nun. Der Name ihres Töchterleins hat eine besondere Bedeutung. Nur drei Stunden habe sie in den Wehen gelegen, verriet die neue Mama bereits. Bei der Geburt wog die Kleine wohl 2,9 Kilogramm. Jetzt verriet die Influencerin in der Sat.1-Sendung, Volles Haus, in einem Interview über ihr Töchterchen. Der Name hat auch eine Bedeutung. Anissa heißt die Prinzessin und Amalia heißt die Tapfere, also ein starkes Mädchen. Bei ihren Followern kommt der Babyname schon mal gut an. Was für ein schöner Name. Glückwunsch zur Geburt eurer kleinen Prinzessin. Oder, herzlich willkommen Anissa Amalia. Beglückwünschen einige von ihnen die frisch gebackene Mama auf Instagram. . ? . ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020